Ihr Lieben, ich freue mich sehr, dass ich über dieses Thema heute, über Erziehung, über Familie, unsere Kinder mit euch reden kann. Erziehung ist im höchsten Sinne des Wortes gleichzusetzen mit Erlösung, lesen wir im Erziehungsbuch. Und ich möchte jetzt mit einem göttlichen Gedanken beginnen. Eine Familie, die so funktioniert, wie Gott es sich vorstellt, ist das größte Zeugnis für die Welt. Eine Familie, in der Gott im Mittelpunkt steht und wo man es sich zum Herzensanliegen macht, dass die ganze Familie Gott im Zentrum hat, redet lauter als jede Predigt. Wundert uns es daher, dass es von der Gegenseite Gottes besonders die Attacken auf Familie gibt? Es sollte uns nicht verwundern. Wenn das das wirksamste Zeugnis ist, dass es so etwas gibt, dass so etwas funktioniert in unserer Welt, was ja Gottes ursprüngliche Absicht war mit Ehe und Familie, dann will der Feind das zerstören. Unsere Kinder, unsere Kinder sind eine ganz besondere Leihgabe des Himmels an uns. Die Kinder sind uns geliehen für eine sehr kurze Zeit, dass wir auf engstem Raum zusammen Kinder prägen dürfen als Eltern. Das ist ein ganz großes Vorrecht, das uns oftmals nicht bewusst ist. Vielleicht denkt ihr, so wie viele Mütter denken, man sehnt den Augenblick herbei, wo das Kind einmal selbstständig wird, alleine in die Dusche steigt, sich alleine an- und auszieht, Löffel und Gabel in die Hand nehmen kann, die eigenen Schrittchen macht, vielleicht die schulische Laufbahn endlich hinter sich hat, aber jeder, der Mutter ist, Vater ist, weiß, dass die Zeit so kurz ist und so schnell geht. Im Nu, im Flug haben sie ihre schulische Laufbahn hinter sich gebracht, gehen ihre eigenen Wege und verlassen das Elternhaus. Ich kann mich noch erinnern, und das möchte ich kurz einflechten, als wir als Predigerfamilie von Wien, vom äußersten Osten, nach Bregenz kamen, in den äußersten Westen. Es war so eine schmerzliche Zeit für uns als Eltern, weil wir erstmals übersiedelt sind ohne unsere Kinder. Man musste damit rechnen, jederzeit. Aber wir mussten die Kinder zurücklassen, wegen des Studienabschlusses in Wien. Und dann kam diese Stunde, es war um drei Uhr in der Früh, wo mein Mann und ich aufgebrochen sind. Viele Stunden von Wien nach Bregenz und der Moment des letzten innigen gemeinsamen Gebets. Und dann mussten wir ins Auto springen und losfahren. Und die Wege trennten sich. Auf dieser stundenlangen Autofahrt nach Bregenz habe ich mir hunderttausend Fragen gestellt. Habe ich als Mutter das mitgegeben, was Gott von mir erwartet? Ich habe mir so viele Fragen gestellt und es kamen so viele Zweifel. Was habe ich alles nicht gemacht? Was habe ich ihnen alles nicht mitgegeben, was so notwendig gewesen wäre für dieses Leben und für das Leben danach? Und ich habe meine Kinder Gott anvertraut. Nun, was sind unsere Pflichten als Eltern? Welche Werte geben wir ihnen mit auf den Weg? Wir können ihnen materiell sehr viel bieten. Vielleicht hast du die Möglichkeit, finanziell ein tolles Zuhause zu bieten. Viel Spielzeug, das ist für die kleinen Kinder wichtig. Gute, gesunde Nahrung. Ein dickes Backkonto. Eine karriereversprechende schulische Laufbahn. Vielleicht hast du auch noch die Finanzen dazu, ihnen einen Urlaub zu bieten. Da und dort rund um den Erdball. Aber was ist, wenn die Finanzen nicht reichen? Haben sie dann von Haus aus einen viel schlechteren Staat? Können sie es im Leben zu nichts bringen? Die Welt denkt hier ganz anders als Gott. Die Sichtweise Gottes ist völlig anders. Gott sieht in den Aufgaben einer Mutter die wichtigste und edelste Missionsarbeit. Ja, der göttliche Gedanke sagt uns sogar, die Aufgaben, die eine Mutter zu erfüllen hat, indem sie ihr Kind nach göttlichem Vorbild prägt, diese Aufgabe ist gleichbedeutend mit der Aufgabe eines Herrschers auf dem Thron. Überlegen wir mal diese Aussage. Das heißt, wenn du als Mutter gefragt bist, was arbeitest du denn? Und viele Mütter haben dann irgendwie eine Scheu davor zu sagen, ja, ich bin jetzt nur zu Hause bei den Kindern. Du darfst mit frohem Gewissen und Freude sagen, ich bin Mutter. Du hast die wichtigste, die edelste Aufgabe zu erfüllen, dein Kind nach dem göttlichen Vorbild zu prägen. Wisst ihr, was Gott sagt? Ich möchte es zitieren aus dem Erziehungsbuch. Jeder junge Mensch, jedes Kind hat zur Ehre Gottes und zur Erhebung der Menschheit eine Aufgabe zu erfüllen. Jedes Kind, dein Kind, meine Kinder, alle unsere Kinder haben zwei Bereiche zu erfüllen. Die Ehre Gottes hochzuheben und die Menschheit zu erheben. Das ist eine ungeheuer hohe Latte. Das ist das höchste Ziel, das man anzustreben hat. Ich habe ein Beispiel aus der Bibel gewählt und ich habe lange überlegt, welches es nehmen soll. Ich habe die Mutter Moses gewählt, Jochebed. Sie hatte ein tragisches Schicksal. Sie war Frau und Sklavin in einem fremden Land in Ägypten. Ein äußerst bescheidenes Zuhause konnte sie Mose bieten. Aber sie wusste, sie hatte ihn nur für eine sehr kurze Zeit. Und dann würde er in die Hände solcher Menschen kommen, die den wahren Gott nicht kennen. Man könnte denken, ja was soll aus diesem Kleinen werden, wenn er überhaupt überlebt? Solche Aussichten. Nichts konnte sie ihm bieten. Aber es war ihr etwas wichtig. Sie wollte die Seele ihres kleinen Jungen mit dem Himmel verbinden. Und tagtäglich war es ihre gewissenhafte Aufgabe, ihn auf etwas aufmerksam zu machen, ihn zu lehren. Gott zu lieben, Gott zu lieben, treu zu sein, seine Gebote hochzuhalten. Das wollte sie in sein Herz einpflanzen. Und da blieb sie tagtäglich dran. Die zwei Dinge, die sie sich zur Lebensaufgabe gemacht hat als Mutter, als Sklavin, sie hat ihm dieses göttliche Prinzip vorgelebt. Ihr Leben zeugte davon. Und das zweite, sie war täglich dran, ihm Liebe, Treue und Glaubensgehorsam ins Herz zu pflanzen. Nun, sie hatte ihn für eine kurze Zeit. Sie war sich ihrer Aufgabe bewusst. Und dann kam der Tag des Abschieds. Und er kam in den Palast des ägyptischen Pharao. Dort sahen seine kindlichen Augen Dinge, die er vorher nicht gesehen hat. Er kam mit Gewohnheiten, Gepflogenheiten, Sitten und Gebräuchen in Kontakt, die ihm völlig fremd waren. Pomp, Glanz, Prunk. Und eine Königstochter, die ihn wertschätzte und innig liebte als ihren Sohn. Er bekam die beste schulische Ausbildung. Er wurde ein hervorragender militärischer Heerführer. Er war schön und edel von Aussehen und Gestalt. Er hatte ein fürstliches Benehmen, lesen wir im Buch Erziehung. Er war höchst intelligent und begabt. Er war das Stolz der Nation. Jede Mutter oder sagen wir viele Mütter wären vielleicht sehr glücklich, wenn ihre Söhne eine solche steile Karriere vor sich hätten. Aber das, was seine Mutter in sein Herz pflanzte in jungen Jahren, das hat ihn vor dem Übel bewahrt. Er wurde auch eingeführt in die geheimnisvolle Welt der ägyptischen Götter. Er weigerte sich zwar, teilzunehmen an diesen Gottesdiensten, aber es war damals so üblich, dass der Pharao, und er war der zukünftige Anwärter, Pharao zu werden, der war auch der oberste, höchste Priester des Landes. Und dann kam der Tag, wo er sich entscheiden musste. Und Mose entschied sich, die weltliche Ehre eines Pharao beiseite zu schieben und die Ehre Gottes zu wählen und sich einem versklavten Volk Gottes gleichzustellen. Und wisst ihr, was wir dann lesen? In dem Moment, wo er diese Entscheidung getroffen hat, Treue zu Gott, ihn zu ehren und lieber mit dem Volk Gottes, das in Sklaverei ist, zu leiden, als die höchsten Ehren der damals höchsten Nation zu genießen. In dem Moment, als er diese Entscheidung getroffen hat, hat Gott seine Erziehung in besonderem Maße in die Hand genommen. Nun, wie ging es weiter mit Mose? Das, was er gelernt und studiert hat, wollte er jetzt anwenden. Er hat die Kriegsführung der Gewalt kennengelernt. Und mit diesem Wissen, dass er sich angeeignet hat und wo er brillant war, wollte er jetzt den Willen Gottes ausführen. Und er erschlug gleich einmal den Ägypter. Und es ging gründlich daneben. Es war ein totaler Misserfolg. Und diese Handlung, die er da gesetzt hat, die machte ihn augenblicklich zu einem Flüchtling und zu einem Verbanden. Und er kam in die Wüste. 40 Jahre lang hat er in der einsamen Bergwelt der Wüste umlernen müssen. Und in diesen 40 Jahren, wo er Gott ganz nahe war und wo Gott selbst seine Erziehung in besonderer Weise in die Hand genommen hat, da konnte all das, was er auf dem ägyptischen Hof gelernt und gesehen hat, all diese Verschwendungssucht, diese Prunksucht, das konnte er verlernen, ja es verblasste. Denn es hat seinen Charakter sehr stark geprägt. Wir lesen im Buch Erziehung, diese harte Gesetzmäßigkeit der ägyptischen Kriegsführung musste er total vergessen. Denn Gott wollte ihn vorbereiten, nach dem Gesetz der Liebe ein Volk zu führen. Ein undiszipliniertes, halsstarriges, unwissendes Volk. Dazu brauchte er Selbstbeherrschung. Die fehlte ihm noch. Und wir lesen weiter in diesem schönen Buch, Gott, der Allweise, der Allmächtige, hat es nicht für eine Zeitverschwendung angesehen, 40 Jahre, ihn in der Wüste zu erziehen. Er erschien ihm, er sprach mit ihm, er zeigte ihm die Zukunft. Und der Allweise hat es auch nicht für eine Verschwendung gesehen, selbst mit ihm zu kommunizieren und die Erziehung in die Hand zu nehmen. Und eines wurde ihm bewusst in dieser Wüstenzeit, die ständige Gegenwart des Allmächtigen. Das hat er nie mehr vergessen und das hat ihm befähigt, zusammen mit Selbstbeherrschung, die er gelernt hat, die Fürsorge als Schafhirte, das hat ihn befähigt, dazu später seine Aufgabe zu erfüllen. Und wir lesen ja, dass er der Geduldigste der Menschen war. Das war er vorher nicht. Nun, die Nation Ägyptens mit all dem Pomp und Glanz liegt heute im Staub. Er hätte Gesetzgeber werden können einer mächtigen Nation, aber so, weil er die Ehre Gottes für höher hielt als die Ehre der Menschen, konnte Gott ihn ehren. Und wir wissen, er ist als einer der wenigen bereits dort, wo wir alle hinwollen. Der Himmel ehrt ihn. Er war mit auf dem Verklärungsberg mit Jesus. Er bekam die Gesetzgebung, die zehn Gebote, die eigentlich für alle Völker zu allen Zeiten gelten, persönlich von Gott in die Hand gegeben. Wir könnten vielleicht seine mumifizierte Leiche bestaunen heute, wenn er das Amt des Pharao gewählt hätte. Aber der Himmel hätte ihn nicht ehren können. Denn Gott sagt, wer mich ehrt, den werde ich ehren. Nun, wir wissen nicht, welche Wege Gott mit unseren Kindern gehen wird. aber wir lesen, dass die Aufgabe darin besteht, dass unsere Kinder Gott ehren, in welcher Form immer, wir wissen es nicht, wie der Plan Gottes ist, die Ehre Gottes und die Menschheit erheben. Salz der Erde zu sein. Jetzt ist die Frage, was willst du für dein Kind? Willst du, dass es etwas Großes wird in der Welt? Bietest du ihm alles, alle Möglichkeiten, dass das geschehen kann? Oder verstehst du, verstehen wir, dass Gott viel mehr möchte mit unseren Kindern? Es mag sein, dass dein Kind eine sehr gute Ausbildung hat und wir sollen die besten Ausbildungen anstreben. Ellen White sagt, wir sollen unseren Verstand bis an unsere Grenzen ausschöpfen und mit Fleiß daran sein, aber das ist zu wenig. Pflanzen wir unseren Kindern das ins Herz, was Ewigkeitswert hat. Die Ehre Gottes, die Liebe zu Gott, die Treue zu ihm und diesen Glaubensgehorsam aus Liebe heraus. Der Himmel ist bereit, einer jeden betenden, rufenden Mutter und einem jeden Vater zu helfen in dieser edelsten und vornehmsten Erziehungsaufgabe. Und Gott möge uns alle segnen in dieser Arbeit und uns die Frucht in der Ewigkeit schauen lassen. Das wünsche ich euch allen. Amen. Gottes Plan mit unserer Jugend. Nachdem wir jetzt vernommen haben, was die Familie für eine wertvolle Keimzelle ist und was da alles von Gott gedacht ist und was da heranwächst, jetzt den größeren Plan in der Gemeinschaft, wenn dann Junge zusammengezogen werden, an einem Punkt unter Gottes Plan. Wir erleben in der Geschichte des Volkes Israel so verschiedene Phasen. Und ich bin auf einen Satz gestoßen, der hat mich elektrisiert. Da wird auf einmal die Frage gestellt in dem Buch von Ellen White, Patriarchen und Propheten. Zu welchem Zeitpunkt war Israel am größten? Unter den Königen David und Salomo. Dann die nächste Frage, warum gerade da? Was war der Grund? Warum waren sie da am höchsten? Die größte Ausdehnung, das höchste moralische Niveau, der höchste wirtschaftliche Standard. Warum gerade unter diesen Königen? Und dann wird erklärt warum. Was das Fundament von dem Ganzen war? Wer die Basis für das gelegt hat? Einer, der als Kind zum Propheten berufen wurde. Der beim hohe Priester Eli erschienen ist, gesagt hat, ja, da bin ich, da hast mich gerufen. Der hat sich gefragt, was hat der Kleine? Ich habe ihn nicht gerufen, schicke ihn wieder ins Bett. Nach einer Weile ist er wieder da, du hast mich gerufen, was soll ich tun? Der kennt sich nicht aus, der alte Mann. Und irgendwann begreift er, als das dreimal war, Gott ruft den Kleinen und dann sagt er ihm, pass auf, wenn du das nächste Mal deinen Namen hörst, dann sagst du, rede Herr, dein Diener hört. Das ist der Punkt, um den es mir auch gestern ging. Wie kannst du den Willen Gottes erkennen, wenn du zu der Willigkeit kommst, wo du sagst, rede Herr, dein Diener hört, was immer da kommt, ich will es tun, dann kommt was, unter Garantie, du weißt nicht was. Und wenn du wüsstest, was kommt, würdest du wahrscheinlich dich so fragen, ob ich dafür tüchtig und geschickt bin? es ist enorm, was dann passiert. Und dieser Samuel bekam einen Auftrag. Und der schaut es so aus. Da waren Ortschaften in Israel und da gibt es seit allerhand Gestalten in diesen Ortschaften. Das sind jetzt die Pünktchen, die Menschen. Und Samuel geht von Ort zu Ort und erklärt den Menschen in so einem Dorf, die kamen natürlich alle zusammen, wenn der Prophet kam, das Evangelium. Und dann schaut er so in die Runde und Samuel hat einen bestimmten Plan von Gott eingegeben bekommen. Er schaut sich um und dann sieht er gewisse Gestalten und mit denen führt er ein Gespräch und dann sieht man, dass dieses Gespräch sich so auswirkt, dass die mit ihm im Schlepptau davon gehen ins nächste Dorf. Er sammelt junge Leute ein. Einen Jager. Er holt die heraus aus ihren Ortschaften, die dichtigsten jungen Leute und holt sie auf seine pädagogische Hochschule, früher genannt Prophetenschulen, weil er Prophet der Lehrer war. Und in diesen prophetischen Hochschulen werden die ausgebildet zu Lehren in Israel. Und wenn die mit ihrer Ausbildung fertig sind, werden die ausgesandt in die Dörfer. Was machen die dort in dem Dorf? Sie gründen eine Schule. Und da sitzen die Schüler und sie erzählen ihnen, was ihnen der Prophet Samuel erzählt hat. Und sie haben die Heiligen Schriften mit. Denn in der Prophetenschule haben sie aufgeschrieben, was Gott dem Propheten gesagt hat. Sie sammeln die Heiligen Schriften und geben es an die jungen Leute weiter. Nach einer Weile taucht der Prophet bei dieser Schule auf, trifft da seinen Studenten, der jetzt dort Schulleiter ist. Wie geht's? Wie läuft's? Gibt's da unter deinen Schülern irgendein Talent, das vielleicht auch Lehrer werden könnte? Ja, natürlich weiß der Lehrer, wer da die willigen, fähigen, talentierten Kräfte sind. Der und der und der und der gibt's ein Gespräch und dann sieht man, der Prophet zieht wieder mit einer Schar von Dannen. Der Prophet sammelt aus diesen Schulen die Talente wieder zusammen und bringt sie auf seine prophetische Hochschule. Bildet sie zu Lehrern aus. Jahr um Jahr kommt ein Jahrgang nach dem anderen mit und geht ins Volk in einen Ort, gründet eine Schule und es verbreitet sich das, was Gott möchte. Über das Bildungssystem, über das Göttliche wurden Gottes Gedanken über ausgebildete Lehrpersonen ins Volk hineingetragen. Was ist die Folge unter David und Salomo? Das ganze Niveau im Volk hebt sich. In den Prophetenschulen wurden die göttlichen Texte notiert und vervielfältigt. In den Prophetenschulen entstand unsere Bibel Ohne Prophetenschulen hätten wir keine Bibel. Das war die Vermehrungsstätte der Heiligen Schriften, der Bibelräum, der Schrifträum. Zum Beispiel im ersten Chronikbuch, Kapitel 29, Vers 29, das ist so schön zu merken, wenn man die gleiche Zahl beim Kapitel und beim Vers hat und gleichzeitig weiß, es ist so ziemlich der letzte Vers des ersten Chronikbuches und da wird es jetzt abgeschlossen mit folgenden Gedanken, damit wir uns auskennen, wer das Ganze geschrieben hat in diesen Zeiten. Die Geschichte aber des Königs Davids, die frühere und die spätere, siehe, die steht geschrieben in der Geschichte Samuels, des Seers und in der Geschichte des Propheten Nathan und in der Geschichte Gads des Seers. Die Samuel Bücher, da stellt man ja fest, dass schon in der Mitte des ersten Samuel Buches Samuel stirbt. Also kann er schlecht die nächsten Teile weitergeschrieben haben. Aber es heißt, erstes Buch Samuel, zweites Buch Samuel, weil er der Begründer dieses Buches war. Und der Prophet Nathan, der dann bei David auftaucht und ihm sagt, du bist der Mann und der Prophet Gad, der David dann den Tempel Platz finden lässt, diese haben das weitergeführt, was Samuel begonnen hat. Und David hat ja seinen Sohn Salomo unter Nathan bilden lassen. Meine Frau hat gerade vorher aus dem Buch Erziehung von Ellen Wey zitiert. Über das Buch gibt es eine Menge Missverständnisse. Wenn ich eine Umfrage mache, was verstehst du unter Erziehung, dann sagen mir 99 von 100, ist ja klar, da ist ja so ein kleines Wesen, das benimmt sich daneben und jetzt muss ich es korrigieren und disziplinieren. Aber das Wort, was im Englischen da steht, im Original, als Überschrift über das Buch ist Education. Das ist viel mehr. Das ist nicht nur Disziplinierung, das finden wir in dem Buch Child Guidance. Wie führe ich mein Kind? Da ist das drinnen, was wir unter Erziehung verstehen. Aber in dem Buch Erziehung, das müsste eigentlich heißen, richtig übersetzt, Bildung. Da geht es um den göttlichen Bildungsplan. Und wenn du das Buch lest, da sind zum Beispiel die Gedanken drinnen, die meine Frau jetzt gerade über Mose erzählt hat. Da siehst du, wie Gott geplant hat, sein Volk zu bilden. Dann wird den göttlichen Lehrplan für Bildung drinnen. Das ist das. Und nach Salomo verschwinden die Prophetenschulen. Was passiert mit Israel? Ja. Und wie schaut dann eine Reformation aus? Eine Erneuerung? Wer kommt da? Der Prophet Elia! Der Reformprophet. Und was macht der? Er stellt die Prophetenschulen wieder her. Er sammelt wieder Leute. Und was macht die Gegenseite? Der König Ahab, der ist ja so weit weg, wie er weiter nicht weg sein kann, heiratet eine Powerfrau, eine der talentiertesten, begabtesten Frauen, die es je in der Geschichte gab, allerdings auf der negativen Seite. Die Isabel. Wenn die Frau auf der göttlichen Seite gewesen wäre, die hätte was bewirkt. So hat sie für Satan gearbeitet. Und als Elia gesagt hat, jetzt wird es so lang nicht regnen, bis der Höchste das wieder klar macht, da sucht man den wie eine Stecknall im Heuhaufen und findet ihn nicht. Dass er ausgerechnet in der Heimat der Königin untergedaucht ist, also wenn sie das erfahren hätte, dann wäre sie sowieso explodiert. Ausgerechnet in ihrer Heimat versteckt sich der. Und in dieser Zeit, als dann Elia nach dreieinhalb Jahren zurückkehrt, begegnet er dem Verwalter des Königs Ahab, ein äußerst feiner Mann. Obatia, auf den bin ich neugierig, wenn ich den treffe. Der hat es geschafft, in dieser dreieinhalb jährigen Trockenzeit, Hungerszeit, 100 Studenten in Höhlen zu verstecken und durchzufüttern und vor allem mit Wasser zu versorgen, wenn es dreieinhalb Jahre nicht regnet. Wie viel Wasser soll man am Tag trinken? Zwei. Wenn du jetzt 100 Studenten hast, 200 Liter, schleppt 200 Kilo des Nachts, jede Nacht in Höhlen, damit die nicht verdursten. Das ist nur die Flüssigkeit. Und dann sollte dich dabei keiner sehen, sonst gibt es dich nicht mehr. Dreieinhalb Jahre füttert der 100 Studenten durch. Habt ihr mal schon so am Sabbatmittag Studenten bei euch gehabt zum Essen? Irgendwie scheinen die alle ausgehungert zu sein. 100 hat der durchgefüttert, dreieinhalb Jahre lang. Einartig. Warum hat Isabel so sehr auf diese Studenten von der Prophetenschule abgesehen? Ja, weil das sind die göttlichen Boten. Die sollen ja die göttliche Botschaft ins Volk bringen. Sie hat gewusst, wenn ich die ausschalte, dann passt's. Und wen schaltet dann Elia und die 450 Baals Propheten. Merkt ihr? Einen großen Kampf zwischen Licht und Finsternis. was da vor sich geht? Elisa, der Nachfolger von Elia. Wir hören die Geschichten von den Prophetenschulen. Da kommen so viele hin, die haben nicht mehr Platz, dann gehen sie zum jordan, fällen Bäume. Damit man die Schule vergrößern kann. Da fällt da das Eisen ins Wasser, von der Axt, vom Stiel, den Jordan einmal gesehen, diese dunkle Brühe, diesen Schlamm da unten, Platsch, fort ist das. Und nur geliehen. Und jetzt macht Gott etwas. Eine Axt, ein Stück Eisen. Und Elisa betet und das kommt in die Höhe. Für so eine Winzigkeit macht Gott ein Wunder. Warum? Weil es um Räumlichkeiten geht, für die Prophetenschule, dass die vergrößert werden. Darum macht er das Wunder mit der Axt, damit die weiterhacken können, damit die Schule größer wird, damit mehr Studenten dorthin gehen können, damit die göttliche Bildung hinausgeht. Deswegen muss die Axt wieder in die Höhe. Da geht es um Bildung fürs Volk, dass wir wieder nach Gottes Bild geformt werden. Das ist der Plan. Samuel hat es begonnen, Nathan hat es fortgeführt, weiter der Prophet Gad und wie sie alle heißen. Dann geht das Ganze unter. Dann kommt Elia, dann kommt Elisa. nach jetzt einen zeitlichen Sprung. Wir sind schon 500.000 Jahre nach Christus. Da hat sich eine Gruppierung der Urchristen in die Berge, in die Alpen zurückgezogen. Wie kottischen Alpen, Westalpen. und die sind nicht freiwillig dorthin gegangen, sondern sie wurden verfolgt. Sie hatten nämlich etwas und das wollte man ihnen rauben. Sie hatten die Urschriften der Heiligen Schrift und die haben ihre jungen Leute, ihre tüchtigen jungen Leute ausgebildet. Im Winter haben die abgeschrieben, auswendig gelernt. Diesen Schriftrollen waren sie dann unterwegs im Sommer, auch gingen über die Alpen und waren hier in deutschen Landen als Händler. Sie hatten Stoffe. Dann kamen sie in ein Fürstenhaus und dann haben sie erklärt und wir haben noch einen Stoff, der ist so kostbar. Den kann ich aber nur hier zeigen, wenn die ganze Dienerschaft draußen ist, zeige ich nur dem Fürsten paar. Das haben wir schnell hinaus beordert. Und dann haben sie den kostbarsten Stoff herausgeholt aus ihrem Gewand. Die Schriftrolle und haben haben den höchsten Adeligen erzählt, wie man wirklich Vergebung bekommt. Nicht indem man aber der Kirche bezahlt, sondern indem man direkten Kontakt zum Höchsten hat. Und die gingen von Fürstenhof zu Fürstenhof und die haben die Reformation in Deutschland vorbereitet. Wie heißen die? Das waren die Waldenser. Jahr für Jahr bin ich mit diesen Tälern, mit einer Gruppe von jungen Leuten und älteren. Und dann erwandern wir diese Gegenden und studieren die Geschichte, was sich dazu getragen hat. Da kommst du jedes Mal so zurück. Die haben unter einem Felsen oben eine Prophetenschule errichtet. Wenn jemand in die Waldenser Täler fährt und es wird ihm die Prophetenschule gezeigt, das ist die für die Touristen. Die hat man dort aufgebaut, gleich neben einem Busparkplatz, weil die Leute, die da kommen, können maximal fünf Minuten gehen. Das ist die Prophetenschule der Waldenser für die Touristen. Die echte ist natürlich viel höher oben in den Bergen, unter dem Felsen, dort ist die wirkliche. Diese Waldenser hatten ein Ziel, einen Plan. Sie haben die Reformation vorbereitet. Jetzt kommen wir in die Zeit Luthers. Luther hatte ja einen Kollegen. Luther war so der impulsive Redner und Prediger, der hat den Leuten aufs Maul geschaut. Seine Predigtlehre hat so ausgeschaut für seine Studenten. Drei Punkte. Tritt frisch auf, tust Maul auf, hör bald auf. Fertig. Das war die Vorlesung in Homiletik, Predigtlehre. Klar und einfach und prägnant. Der war ein Mann des Volkes und er hatte einen an seiner Seite, seinen wertvollsten Kollegen, der hat Griechisch und Latein so gelesen, besser als wir Deutsch und dieser Mann namens Schwarzerd hat sich dann einen griechischen Namen gegeben, ich meine Schwarzerd, das klingt so nach gar nichts, klingt mehr nach Humus, das war er auch, aber er nannte sich Melanchthon, das ist das griechische Schwarzerd und dieser Philipp Schwarzerd, der war ein Genie, was Sprachen betrifft, biblische Sprachen, der war ein Studiosus, wenn man den gesehen hat, der war immer nur irgendwo, hat er sich verkrömmelt und verkrochen, da hat er irgendwas wieder studiert und hat es Luther mitgeteilt und Luther war der, der hat es um das Volk gebracht, der hat es dann zusammengefasst, die Knochenarbeit, die der andere geleistet hat und miteinander waren die ein unschlagbares Paar, das war eine Powergeschichte und der Melanchthon war Lehrer bis ins Innerste, Luther war mehr der Prediger und das war jetzt die Kombination der Melanchthon hat die Dinge studiert und gesagt sowas brauchen wir brauchen eine prophetische Hochschule jetzt wurde Wittenberg zu einem Doppelzentrum die einen wurden ausgebildet als Prediger und die anderen wurden ausgebildet als Lehrer die im Grunde auch Prediger sind für die Jungen und es wurde ein evangelisches Schulsystem aufgebaut nach diesem göttlichen Prinzip wie es in Israel war und der Erfolg war gigantisch denn die Fürsten haben ihren Nachwuchs dahin geschickt dann wurden die jungen Adeligen mit dem Worte Gottes bekannt gemacht die gingen zurück in ihr Land haben den Fürstenhof übernommen und haben das gefördert dass evangelische Prediger kommen dass evangelische Schulen gegründet werden genial die Reformation ist aufgeblüht und in Rom sitzt der Papst im Vatikan und fragt sich was tun wir was tun wir was tun wir und wieder gerade so studiert taucht einer auf und hat einen Plan eine Idee der da aufgetaucht ist merken wir wie uns die Felle davon schwimmen noch ein paar Jahre und sonst gibt es gar nicht mehr als römisch katholische Kirche warum warum haben die in der Reformation so einen Erfolg und der Mann erläutert dem Papst dieses System wir kopieren das wir machen das auch ich mit meinem Orden wir packen das an ich Ignatius von Loyola Begründer des Jesuiten Ordens Übrigens ist euch aufgefallen bei welchem Orden unser neuer Papst ist das ist dieser Ort die Jesuiten ein Schulorden haben angefangen mit dem selben Prinzip sie haben Hochschulen pädagogische Hochschulen aufgebaut ihre Leute ausgebildet Schulden gekrönt Lehrer dahin geschickt ganz das gleiche System kopiert und das andere unterwandert als Luther und Melanchthon tot waren hat von den Nachfolgern das kaum einer verstanden worum es da geht und das evangelische Schulsystem das jesuitische das war die Gegenreformation die Reformation und Gegenreformation war eine Bildungsreformation und Bildungs gegen Reformation und dann beruft der Herr die Adventgemeinde was meint ihr was er da in Bezug auf Bildung mit uns vor hat wir brauchen Ausbildungsstätten für unsere Prediger wo natürlich auch das verkündigt wird worum es wirklich geht es geht nicht darum mit theologischen Spitzfindigkeiten sich abzugehen sondern Leute auszubilden die erfüllt sind von der Botschaft und brennen und glühen und das weitergeben und dass junge Lehrpersonen ausgebildet werden wo Schulen gegründet werden nicht ein einziges adventistisches Kind sollte an einer öffentlichen Schule sein nicht eines das ist Gottes Plan wir sind Jahrzehnte Jahrhunderte zurück Matthäus Evangelium Kapitel 4 Vers 23 und Jesus zog umher in ganz Galiläa lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk wir haben hier drei Verben er lehrte er predigte er heilte er lehrte er predigte er heilte das war Jesu Programm wir haben drei Bereiche das war die Strategie Jesu hier auf Erden er lehrte er predigte er heilte was geht uns da auf da haben wir einen theologischen Bereich Kirche Gemeinde er predigte er heilte nicht wenn unser Körper nicht mehr in Ordnung ist dann gibt es dich nicht mehr du brauchst einen Körper damit es dich gibt das ist der Wohnplatz deines Geistes wenn du gesund bist kannst du was tun wenn du krank bist wenn du Fieber hast dann schau dich an was du noch kannst zu 42 Fieber hast 42 Grad Celsius ein gesunder Mensch der kann was leisten etwas bringen Jesus heilte wir haben eine Gesundheitsbotschaft damit unser Körper möglichst lange das leisten kann wozu er gedacht ist und dieser Körper wird natürlich eine gewaltige Veränderung erfahren wenn Jesus wiederkommt das Ziel dass Gemeinden gegründet werden Gotteshäuser dass Sanatorien gebaut werden wo Heilung erfolgt für die Völker und er lehrte Schulen das sind die drei Bereiche Kirchen Sanatorien Schulen schulen und jetzt schaut in einen Staat hinein was hat ein Staat aufgebaut wird je irgendwo diskutiert soll man jetzt Krankenhäuser weiter haben oder nicht das ist eine Selbstverständlichkeit darüber braucht doch keiner diskutieren da werden Unsummen da hineingesteckt für das Gesundheitssystem hat ein Staat je überlegt in unseren Breiten ja vor Jahrhunderten schon noch aber jetzt soll man jetzt Schulen weiter haben soll man Lehrer weiter aus Steuergeldern bezahlen es ist keine Diskussion na selbstverständlich man diskutiert höchstens wie soll das genau aussehen und man diskutiert im Gesundheitssystem wie soll das aussehen aber ob ist keine Frage die Frage wird nur in Adventgemeinden gestellt da fragt man sollen wir das der Staat fragt nicht der macht es einfach Gott hat uns gesagt wir sollen es machen und wir diskutieren sollen wir oder sollen wir nicht wir brauchen uns nur damit beschäftigen wie machen wir es am besten aber nicht ob wir es machen sollen das hat Gott längst entschieden über das braucht kein Mensch mehr diskutieren die Frage ist wie lange wollen wir noch Zeit lassen weil jede neue Generation die kommt entgeht uns in diesem System wir haben die Gemeinde wir haben Schulen oder wir hätten gern welche und wir haben Sanatorien oder wir hätten gern welche und wenn wir diese zwei Bereiche außer Acht lassen dann amputieren wir uns nicht lauf herum ohne deine zwei Beine oder ohne deine zwei Arme das ist uns ja gegeben damit diese zwei Bereiche hier hereinschaufeln in die Gemeinde in vielen vielen armen Staaten dieser Erde wäre es unseren Missionaren unmöglich gewesen da hinein zu kommen und zu sagen so wir verkündigen da das Evangelium und jetzt bauen wir da Kirchen die Chefs dieser Staaten hätten gesagt ja verhaftet könnt ihr gleich werden und eingesperrt und fertig und man kam und hat Bildung gebracht man kam und hat den Menschen medizinische Betreuung gebracht und durch dieses pädagogische Element und dieses medizinische Element da haben die Leute erfahren oh das tut gut wenn unsere Kinder lesen und schreiben können das tut gut wenn unsere Kranken wieder gesunden was entstand Dankbarkeit ja warum machen die das ach so die die haben von oben her den Auftrag ja wo versammeln sich die was ist das für eine Kirche und weil hier Dankbarkeit entstand was erleben wir in Afrika in Asien in Südamerika wir kommen nicht nach die zu betreuen wenn du dir so Prediger in Entwicklungsländern anschaust die haben alle ganz starke Oberarmmuskeln sich das schon mal aufgefallen wisst ihr warum von der Bewegung her taufen wenn die in eine Gemeinde kommen einmal im Jahr dann wird getauft im Jahr kommt er wieder und dann stehen die schon Schlange weil über die pädagogische und medizinische Schiene ein Volk vorbereitet wurde und in den höchst entwickelten Staaten Mitteleuropa Westeuropa Osteuropa Nordamerika brauchen wir das das macht jeder Staat wo haben wir den geringsten Zuwachs genau dort wo wir den linken und rechten Arm vernachlässigt haben wir haben den göttlichen Plan nicht erfüllt und wir fragen uns ja wie bringen wir Leute in unsere Gemeinden ja wie ja über die Art und Weise wie es Gott vorgesehen hat mach etwas für die Jugend mach etwas für die Gesundheit die schaufeln herein das ist Gottes Plan Jahrzehnte Jahrhunderte sind wir da hinten die Reformation hat es vorgezeigt ich habe jetzt nur in der Reformation erzählt vom Bildungssystem die haben auch angefangen Krankenhäuser zu errichten die haben angefangen Krankenschwestern auszubilden Ärzte in der Reformationszeit die Reformation hat genau diese Bereiche forciert und das Ganze hat zu blühen begonnen und so wie das Ganze nach unten ging so kam die Gegenbewegung in die Höhe wir hatten ja hier Musik die größten schönsten Musikwerke kamen aus der Reformationszeit als meine Tochter Hafe gelernt hat sie hatte als erste Lehrerin eine ehemalige Klosterschwester und als dann das Talent sichtbar wurde und sie also schwieriger und schwieriger Stücke gespielt hat dann ging es mir darum dass man auch Johann Sebastian Bach spielt und diese ehemalige Klosterschwester eine Musikschulheerin war erzogen worden die war 30 Jahre im Kloster bevor sie gedürmt ist und abgehaut von dort geflohen und die hatte aber natürlich eine Prägung und wie ich sage ich hätte gern dass meine Tochter von musikalischer Literatur Bach spielt ich sehe noch den Blick vor ihr das wäre so wie wenn der Blitz eingeschlagen hätte Bach ich sage was ist das Problem ja Bach der ist ja Protestant ihr könnt doch nicht Bach spielen ja wo kommen wir dahin später hat sie dann gemerkt das ist vielleicht gar nicht so schlecht wenn man Bach spielt aber das hat eine gewisse Zeit gebraucht wisst ihr warum die geflohen ist aus dem Kloster nach 30 Jahren sie war eine Musikerin durch und durch am liebsten hat sie immer irgendwas gespielt das nächste Instrument das nächste und sie wollte so gerne sich auf der Orgel vervollkommen sie war in diesem Kloster und hat angesucht darf ich einmal in der Woche zu einem Musikunterricht zu einem Orgellehrer außerhalb der Klostermauer hat sie deponiert bei der Ordens oberen von diesem Kloster die hat das geschickt an die Zentrale in Italien und dann hat man auf die Antwort gewartet da brauchst du Geduld bei jedem Mittagessen hat sie gewartet da gab es immer die große Post also große Post bedeutet so alle paar Monate bekam eine von diesen Klosterschwestern einen Brief und da ist immer gewartet sie wartet ein Monat ein halbes Jahr ein Jahr ja nach zwei Jahren war schon die Antwort da so müsste man in der Wirtschaft arbeiten da fragst ob die Firma das Haus bauen könnte und dann nach zwei Jahren sagen sie ja das Haus schon wieder abgerissen bis zu dem Zeitpunkt jedenfalls die Oberin hat überhaupt nichts gesagt aber sie hat einmal nach zwei Jahren es gewagt unter den nachzufragen zu bitten ist da vielleicht irgendwas zurück gekommen ja hat die gesagt könnte man auch erfahren was da drinnen steht ja ja was steht drinnen da darf ich den Orgel unterricht nehmen nein hast zwei Jahre gewartet damit du die Buchstaben hörst N E I N Ja und warum Nein Ja und die Begründung Nein brauchen wir keine Begründung fertig und an dem Tag hat sie gesagt so und jetzt jetzt ist Schluss und dann ist sie fort das hat sie nicht mehr ausgehalten zwei Jahre gewartet und dann nein ohne irgendeine Begründung das war die erste Musiklehrerin für Hafe für unsere Tochter das ganze habe ich nur erzählt um zu erklären was das für ein System ist und wo das die Leute hinführt und Gott möchte dass wir durch dieses Bildungssystem durch das göttliche dass wir diese Botschaften erfahren dass wir das erfahren was Jesus im Johannesevangelium uns mitteilt in Kapitel 8 Vers 31 und 32 wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und das gilt natürlich auch für die Schriften unserer Botin die Gott berufen hat und was ist dann die Folge wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort was ist die Folge dieses Bleibens ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen Freiheit entsteht durch Bindung klingt seltsam oder Freiheit entsteht durch Hingabe Freiheit entsteht durch Liebe zu dem der dich geschaffen hat und in dem Maße wie du durch ihm hingibst mit Haut und Haar und dich völlig und total zur Verfügung stellst sagst mach mit mir was du willst da bin ich hier hast du mich zack was geschehen soll in dem Moment erlebst du was Freiheit ist er befreit dich das andere und ich tue was ich will wo landest du da letztlich in der Sucht weil du immer weiter suchst um diese Sehnsucht zu befriedigen und niemand kann sie stillen und nicht du bleibst leer darum suchst du ja immer weiter und sehnst dich immer weiter darum heißt es ja Sehnsucht wie heißt das Buch das Leben Jesu im Englischen der desire of ages die Sehnsucht aller Zeit hat sich erfüllt in Jesus er ist die Sehnsucht der Völker und er soll unseren Kleinen nahe gebracht werden dass wenn die groß werden nur ein Ziel haben für den möchte ich leben dem möchte ich dienen und ich möchte allen erzählen was das wie ein wunderbarer Papa im Himmel ist der uns lieb hat der uns vergibt durch seinen Sohn was daneben gegangen ist das ist es worum es geht das göttliche Bildungssystem ist das Errettungssystem und darum steht in diesem Buch Education was man besser als Bildung übersetzen müsste Bildung und Erlösung ist eins was tun wir jetzt wenn wir das wissen selig seid ihr sagt Jesus beim Abendmahl wenn ihr es tut wenn wir etwas nicht tun haben wir entweder nicht die Information oder wir rebellieren entweder fehlt uns die Information oder wir stemmen uns dagegen es gibt nur die zwei Möglichkeiten wenn wir sie haben was tun wir dann sind wir gehorsam oder stellen wir uns dagegen hol uns wenn wir in Harmonie mit ihm kommen befreunde dich mit ihm hab Frieden mit ihm dann wirst du gesegnet sein Amen mit ihm Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020